Heute mal eine chillige Runde World of Warships. Wolltest du die gerade versprechen? Nee. Ich habe nur World... Ich weiß gar nicht, weil ich das eingetragen habe. Ich habe Warships, glaube ich, vergessen, aber das macht nichts. World of... Also, ja, wir spielen World of... World of Legends habe ich, glaube ich, nur. Egal. So, eine Runde mit dem Chaos, Prinz, hier. Schauen wir mal. Also, erstmal werde ich mal meine 13 Küffern hier öffnen. Die Container. Ja, das musst du auch noch machen. Gleich mal... Gleich mal Währung gekriegt hier. Die könnten mal so ein Kapitän oder sowas springen lassen. Das kriegt man ja immer so selten. Fechtsbooster. Ja, muss ich dann später ändern. Ich habe da jetzt wirklich World of Legends nur reingespielt. Was ist das für ein Spiel, World of Legends? Yeah. So ein altes, uraltes Wrestling-Spiel? Das kann sein, ne? Ja. Ja, ist egal. Das kann ich später noch umeinander... Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Das ist jetzt... Nur weil wir das jetzt spontan machen hier, weißt du? Mhm. Ich habe mal was reingeschrieben. Ich habe jetzt auch keine Lust, mein Laptop anzumachen. Das ist dann von da aus, um zu ändern. Das lasse ich jetzt aus. Ja, ein bisschen was gekriegt. So. Wir wollen eine Runde Arena spielen, ne? Hast du gemeint? Ja. Wenigstens dafür in die Liste kommen, weil... Wird ja irgendwie ausgeschüttet. Oh, kann man da kein Schiff aussuchen? Nee, nur bestimmte Dreier jetzt. Dreier Schiffe. Keine Ahnung, was das heißt soll. Ja, ich muss auch nur ein Kack-Schiff nehmen. Ich brauche nur ein Kill, den brauchen wir es auch nicht mehr machen. Sobald du einen Kill hast, kommst du in die Statistik. Die Ausschüttung. Okay. Also ich habe jetzt bei mir nur drinnen den Dreier Karlsruhe. Na denn? Ich kann aber den Kapitän nur einen Japaner wählen. Was das? Hä? Passt der da rein? Ja. Geht das denn? Ach, nee, ich muss... Ach, nee, nee, nee. Ich bin gerade verkehrt gewesen. So. Da ist ja schon mein Kapitän drinnen. Gut, nee, dann habe ich es. Also man muss direkt einen Kill machen, oder was? Genau. Punkte zählen da nicht. Nee, einnehmen diesmal auch nicht. Also wir haben gestern eine Runde ganz schnell gewonnen. Haben gleich die Fahne da eingenommen. Haben das Stück richtig, keine Punkte. Das geht hier jetzt nur auf Kills. Okay. Und ich habe die Arena komplett verpennt, ey. Ich habe gestern reingeguckt, nur noch zwei Tage, scheiße. Das geht hier, glaube ich, 15 oder 30 Tage. Ich habe das immer übersehen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe Arena noch nie gespielt. Nichts anderes. Also, ich fahre startklar, ne? Okay. Gucken wir mal, ob ich mit der Krücke überhaupt ein Killen kriege. Hat das ein bisschen die ganzen Hardcore-Spieler jetzt drin, ne? Hm. Muss nicht immer sein. Hatten wir gestern auch nicht. So, erstmal unser tägliches... Ich trau mich, der Zug mit dem Ding. Oh Gott. Ah, hier gibt es nur eins zu erobern. Okay. Naja. Und ringsherum sind halt Teams. Dreier Teams jetzt. Achso, wir sind nur zu dritt. Naja, manchmal sind auch nur Zweier Teams. Oder manchmal bist du auch alleine gegen andere, die auch alleine sind. Ah, okay. Dann schauen wir mal, ne? Ja. Oh, die sich verstecken hier. Ich fahre immer über links. Trifft immer jemanden. Bist du Iso-Katz oder was? Nee, ich bin Schettlana. Ah, du bist ein Schramm. Er geht über rechts, ne? Ich würde nicht durch die Mitte fahren. Nee, unser dritter Mann, der geht über rechts. Ja, lass ihn doch. Ich glaube, das ist klar, der ist ja zwar viel geschützt, aber... ...so Mini-Dinger, Alter. Tritt er jetzt? Ich glaube schon. Kommt er sonst zu uns? Nee, doch. Oder? Nee, der fährt rechts, oder? Nee, der fährt rechts. Soll er machen. Wo seid ihr denn? Weil wir am Pech haben, fahren die natürlich alle jetzt im Uhrzeigersinn und wir fahren nur hinterher. Hm. Oh, weim was. Oh, die wollen einnehmen. Da ist noch ein anderes Vettler. Einer ist oben. Na, einnehmen bringt denen ja hier nichts. Jetzt. Oh, gut, wenn sie es nicht wissen, dann... Die sind alle oben, bei dem anderen Kollegen. Hm. Wo wir drehen, hast du? Nein, nicht alle. Nee, nee, fahr mal weiter. Fahr jetzt weiter. Genau. Der eine ist da hinten. Gehen wir aufs Vettler, na, was? Hm, ich schieb gerade... Oh, da ist einer. Hm. Oh, das sind sogar zwei. Triffst du schon da überhaupt schon? Ja. Echt nicht. Ja, die Ohr... Die erobern. Oh, das ist ein Bullshit. Was soll denn das? Bringt die noch nichts? Da hinten ist da hinten. Da kriegst du die Kurve. Äh... Ah, come on, die kriegst du die Kurve. Jawoll. So, geh mal aufs Vettler oder was? Ja, wenn ich auf 12 Kilometer rankomme, aber vorher treib ich die nicht. Das ist aber auch ne Kurke, ey. Ah, das sind vier Teams insgesamt. Okay. Ja. War's eh gleich vorbei. Ich schiefe ihn jetzt ein und dann... Oh, einer von unsern ist schon down. Ja, der wird dich gleich älgern. Ich hab' mal einen Schuss abgesetzt hier. Der ist doch schon... ...zerobern. Nein. Bringt nichts. Siehst ja. Die fordern Kills. Ja, wo steht das? Dass nur die Kills zählen. Hast du doch gerade gesehen. Du hast null Kills. Wenn du nämlich jetzt schon Punkte gemacht hättest, wärst du schon in der Liste drinne. Steht da, du bist unter den Top 90. Ja, das Erobern gibt null Punkte oder was? Ja, so wie das auch geht, ja. Wenn du nicht in die Liste für die Ausschüttung kommst, ja. Das ist ja blöd. Dann hätten sie gleich so ein Deadmatch machen sollen oder so. Verstehe ich, warum du denn hier noch die Harkings einnehmen kannst. Vielleicht gibt's da wirklich dafür Punkte. Weiß man ja nicht. Die sind nicht in der Liste. Und gestern, als Krishi gestern einen Kill gemacht hat, wurde er gleich in die Liste aufgenommen. Mhm. Deshalb weiß ich's das ja. Das ist aber trotzdem komisch für was im Wahnsinn, das da mit dem Erobern. Weiß ich nicht, hab ich ja gerade gesagt. Das ist ja eigentlich Schwachsinn dann. Unlogisch, ja. Ich geh jetzt erstmal komplett drauf auf A. Auf Erobern. Wieso? Ich probier's mal. Ja, und denn? Ja, ich weiß ja noch nicht. Schau mal einfach mal. Was Kills sammeln? Ja, die fahren wahrscheinlich fast alle dahin. Da können wir ja gleich mal drauf fahren. Ja, genau. Ich kann ja in der Nähe bleiben. Hast du Torpedos? Nee. Aber... Ich glaub, hast du, ja? Ja, Torpedos, ja. Na doch, hab ich auch. Gut, dass du dein Schiff kennst. Ja, ich hab schon lange nicht mal mit dem Dreier-Schiff rumgemacht hier. Schon lange her. Ich mach damit auch nicht rum. Ich fahr damit. Echt? Mhm. Du musst noch nicht mal ein bisschen streicheln, nix. Nö. Ich wurde schon gespottet. Ist ja lustig. Echt? Ja. Ich bin da eigentlich weiter mit dem. Ich seh aber noch keinen. Ich wurde gespottet, jetzt wurde ich aufgeklärt. Hm. Egal. Ist wohl schon aufgeklärt. Aber von wo? Ah, da hinten. Oh, da. Die Karlsruhe. Dann gehen wir doch gleich mal auf den, ne? Ja, logisch. Irgendwer von uns muss ja den Kill machen hier. Ja. Ja, ist so frech und schiebt mit Torpedos. Torpedos am Backboard. Torpedos voraus. 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 So Karlsruhe Oh Gott, wie los? Oh, Schamhaaresbreite Ich bin gleich dauernd Oh, ich habe einen Torpedotreffer Wie ist denn das? Oh Mist Schinke Torpedo voraus Nein, Torpedo! Ah, ich bin down Tja Aber Punkte machen wir trotzdem, ne? Ja, die sind normalen Punkte, ja Aber nicht für die Arena Ich habe hier noch einen Franzosen Aber das ist doch alles Gehen wir raus, ne? Ja Ich habe noch ein Premium Schiff Ich habe noch einen Japaner, ja Ja, ich auch Yubari Ja, genau Den habe ich auch Ich weiß gar nicht Hat der jetzt Torpedos oder nicht? Auf jeden Fall ist der schön schnell Ja Nein, ohne dass es Es ist so, es ist so, es ist so, es ist so wie es Oh Gott. Geh mal links lang oder was? Hm. Ja, der kann gut ausweichen. Oh, die Reichweite ist ja richtig pervers, ey. Er hat auch nur zwei Geschütze, also Geschütztürme. Ja, Torpedos hat er mal. Gehst du auf Sprengen oder? Hm. Siehst du schon? Nö. Ich wurde aber wieder gespottet. Ich weiß nicht, wie die das machen. Hier gibt es doch eine Trophäe. Du sollst als erster jemanden spotten. Aber egal wie früh du diesen Jäger hochschickst, klappt nicht. Hm. Oh, hier. Über links. Stadlana. Hallo. Die wird gerade eingenebelt. Also ist da auch ein... Genau. Karlsruhe. Komm. Komm. Du willst was raus. Das ist ja nicht wahr. Die haben so ein Pissschiff ihren Killing kriegen, Mann. Machen die denn das? Bist du schon down, oder? Mh Drei Schimmel von mir Shit Ja, ich bin auch drauf Das war mal nix Mann, wieso wenn du nur mit Stufe 3 Schiffen fahren kannst, versteht nicht Oder ich gehe jetzt auf Branden Munition mit der Svetlana Auf Brand, ja? Mh Wollen wir mal mit dem dritten Mann zusammen ziehen Ist vielleicht ein bisschen besser, oder? Wenn wir zu dritt unterwegs sind Pfff Wie ist das? Fülle Halt Wir waren ja jetzt auch nur zu zweit, ne? Ja Mach mir das Leben schwer Abgelegt Halt 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 Lass Halt 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 Ein Flugzeug. Ja, er ist mal ein Steher. Aber mit dem fahre ich nicht mit. Aber jetzt verweicht er sich. Ja, dann schauen wir mal. Wo ist denn der hin? Wellings? Ja. 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 auch mal über links Oh Basti Was ist denn da? Ich musste dem ausweichen gerade, weil er stehen bleibt Der andere will ich auch rammen Ist denn das hier? Da schießen sie schon vor uns Da ist er Ganz links auch, Svetlana Gehen wir auf den Svetlana? Was ist denn das? Was ist denn da? 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 Die hätten vielleicht auch getroffen Ah, moin Bomber Zocken hier eine Runde World of Warships Weißt du noch nicht, steht nicht bei dir im Titel Was ist denn da? Was ist denn da? Der Bomber Ja, der Bomber Ah, guck mal da ist noch einer Da ist noch einer Angeschlagen Ja, der ist noch zu weit weg bei mir Ich komm grad so ran Ah Ah Oh Ja, ich brenne natürlich Das ist klar Klar Oh Ich hab schon wieder einen Na echt jetzt? Lass mich doch auch mal einen Ich wollte die nur vorbereiten eigentlich Hier ist noch eine Fetlana, überall ist Fetlanas Huch Hol sie dir! Ja Ja Ich bin echt tot, ich kann ihn nicht mehr aufschießen Jop, komm weg Nooooh, wieder nicht gekriegt Das ist mich... Oh, ich brenne Problem gelöst Ja Hol dir den Phoenix Hä? Los, hol dir den Phoenix rechts Ja, ja Der Basti ist schon down Der Basti ist schon down Aber schon zwei Kills Oh echt jetzt? Jetzt hätte ich ihn gehabt, ey Ja Hast du Punkte gekriegt? Ja Ja Top 90 der Spieler Ja, super Ich hab keine Punkte gekriegt Ja Also Bomber, ne Ich bin auch noch Da bei der Liste mit bei sein Für ein paar Geschenke Ja Ah, sowas nicht Ja, hab ich mir schon gedacht Ja, ich hab auch erst gedacht Das wär nix für mich Aber für so zwischendurch mal So ein paar Schiffe abballern Passt schon Betrunken Betrunken macht's noch mehr Spaß Genau Hörte mich jetzt eigentlich auch, ne? Der hört dich auch, ja Genau Also nüchtern macht's auch Spaß Aber betrunken irgendwie noch mehr Ich hab keine Ahnung warum Das war bei Call of Duty damals auch so Nüchtern war's so eine Art Camper Und besoffen war's so ein Ruscher Der hat grad geschrieben Natürlich höre ich dich die Luftpumpe Luftpumpe Gehen wir wieder nach links Ja Luftpumpe Nee Luftpumpe Der hat ein ganz schön großes Mundwerk von da hinten, ne? Ja Da war schon gar nicht mehr in Mecklenburg, mein lieber Freund Ne, der sieht den Chat nicht Weil der ist ja auch auf Twitch live Der hat ja seinen eigenen Chat dann Ich hab meinen eigenen Chat Ja Die haben einen Steher Ah ne, jetzt bewegt er sich ein bisschen Ich fahr mal dir hinterher Ich fahr mal dir hinterher Nein, ich fahr dir hinterher, dann kann ich das unterstützen, sodass du den Abstauberkill machen kannst Achso Ja, eigentlich ist das ja jetzt ein Nachteil, dass ich vorausfahre, ne? Keine Ahnung Ich hab nicht davon geredet, dass ich mich für dich opfer Nix los hier Ich hab auch kein Flugzeug Mit diesem Schiff Mit diesem Schiff Da hebt einer ab, okay Da ist einer Ja, das hab ich schon gesehen, René Das hab ich mir schon gezogen Äh, gezogen Was denn? Ah, er hat auch grad gesagt, dass es wieder was gratis gibt für Marvel Achso Ihr mit eurem Marvel, Alter Komm, 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 komm Oh, es klingt von beiden Seiten gerade Einer auf dem Deckel Ich treff's ihn grad nicht Oh, Torpedos, Torpedos Nein, ich fahr voll rein Was, von allen Seiten? Nö, in meiner Zeit auch noch What the hell Ah, das war deine Torpedos Von links, ja Die roten sind nicht meine Boah, ich geh grad von allen Seiten, ey Was ist denn richtig? Wer war denn richtig? Ja, das wird verstanden Nö, ne, ich bin nicht zauern Ist auch schon down Ja, logisch Wollen wir mal die dicken Geschütze rausholen oder was? Ja, komm Wollen wir mal die fetten Sachen raus Mach ich halt einen anderen Tag Arena Naja, ist nur noch 15 Stunden Oh Aber geht ja dann irgendwann die neue Saison los, oder? Ja, 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 ja Dann holen sie das auch wieder So, ich muss mit der New Mexico fahren Fünfer Fünfer Dann nehme ich die Nürnberg Eigentlich wollte ich ja auch die Amis hochstufen Aber da habe ich erst Stufe 2 Also Bringt das jetzt noch nix Dann müssen wir nächstes Mal ein paar Runden mit Na, geht doch schnell Naja, das mach ich unter der Woche dann Jetzt Ist der Bomber noch da? Ist der Bomber noch da? Ich denke mal schon, ja Ich wollte gerade lästern Kannst du ruhig machen Ja Bomber, bist du noch da? So So, jetzt haben wir die etwas größeren Kaliber hier Ich fahr über links Über links Oberfahrlieber Recht Komm Oh, jetzt bin ich gerade Los Über rechts Schleichen wir uns an der Inselkette vorbei So, ich schicke mal mein Flugzeug weg hier Shit Na, ich glaube der Bomber ist draußen Masturbiert Masturbiert Das kann sein, ja Oh, da ist schon einer Jo Ah, ich sag dem mal Hallo Warte mal Dreh dich mal ein bisschen schneller hier Dreh dich mal ein bisschen schneller hier Die mit ihrer Nebelwand, Mann Ich werde voll attackiert grad Ich werde voll attackiert grad Ich werde voll attackiert grad Ich werde voll attackieren Oho Scheiße von links kommt noch Colorado das wird keine gute runde ich trinke links ab jetzt kommt von links torpedos hier sind zwei zerstörer wir sollten umbringen ja nee geht gerade nicht ich muss gucken dass ich die noch ausweich das war jetzt nichts lebst du noch schön die alle der bombe ich finde es noch verabschieden könne die gurke unhöflich ach wo ist er denn das war's ab bis dahin ja das war eine idee über rechts ja ich wollte mich gerade suchen kannst du noch mit tauchen ja das kriegen wir erstmal jetzt kriegen wir den sack hier du sag mal erklär mir doch mal du bist doch schon öfter bei twitch gewesen ne gibt es hier auch bots die im chat als eine person angezeigt werden oder das weiß ich jetzt nicht hatte ich bis jetzt nicht aber ich habe schon mal bots nachrichten gekriegt obwohl keiner drin war also so so nachricht auf englisch mit mit verlinkungen irgendwas oder die die lösche ich dann gleich aber im normalfall eigentlich nicht dann habe ich einen eisernen zuschauer glaube ich wenn das kein bot ist das ist doch schön vielleicht ist er auch rüber gewechselt der bomber zu dir die habe ich schon eine ganze weile da frage ich ja entweder hat er ordentlich ausdauer oder ich weiß noch nicht wie das bei twitch ist bei youtube ist es nicht so wenn da einer einsteht dann ist da auf einer und guckt ja das ist normalerweise bei twitch genauso genau in der mitte gebe zu c oder na gehen die mache ich fahr aber sehr gut ja ja fahren aber lege ich nehme der ismail will ich keine links einnehmen dann mache ich lieber kills die hat ordentlich schmott hinter da hinten ist schon einer der ist noch zu weit weg die sau da war ich weiter von 18 kilometer ja titadellentreffer auf die ismail mhm das schmeckt ich brauche noch ein bisschen ich kann aber ich kann aber gleich loslegen von links kommt auch einer ich habe nicht mal nürnberger habe ich nicht so der krieg von allen seiten torpedos mhm er fährt aber auch kerzen gerade der depp mhm sollte man nicht tun es feierte zurück Was ist das? Oh, von wo krieg ich den oder was? Oh, der hat meine Zitadelle erwischt. Die Sau. Entschuldigung, ist die Ismael... Oder auch nicht, ich bin schon tot. Ich hab's gerade von allen Seiten gekriegt. Der will sich hinter die Bergkette verstecken. Ich darf nicht so offensiv ran, ey. Ich hab auch keine... Ich hab fast keine Points gemacht, ey. Oh, wieso mach ich denn jetzt kein Damage mehr? Oh, wer seid ihr denn? Ach, die Schieter. Oh, aber... Bei mir hat sich... Ich hab jetzt gerade mal kurz geguckt. Bei mir hat sich das aktualisiert. Gott. Also ich hab's bei mir chillige Runde World of Legends reingeschrieben, ne? Aber da steht drauf World of Warships. Oh, mein Gott. Raus hier. Raus! Eine halbe Stunde noch, hat kein Ähnliches futtern, ey. Ähm... Wie? Neu-Mexikon. Ja, die sind immer noch im Kampf. Hast du ein Sechser oder ein Sieber-Schiff, ne, ne? Ne. Ich kann jetzt... Ich kann jetzt... Ich könnte jetzt, ähm... Den Zweier ein bisschen pushen. Oh Gott, was soll ich denn jetzt fahren? Ja, ich hab sonst nur noch einen Dreier. Drei Dreier hab ich noch. Warte mal. Oh Gott. Ja, dann nimm doch irgendeinen, wo du eher als nächstes dann hochpushen willst von den Ländern her. Ne, will ich ja nicht. Ich will nur noch Amerika hochpushen. Mehr nicht? Mhm. Willst du nicht zum Schluss alle Schiffe besitzen? Ja, naja, vielleicht alle siebener, aber das dauert eh noch alle. Das dauert noch. Na, mit was tuckere ich denn jetzt, Alter? Nein, ich hab's aus. Ist ja nur eine Runde, danach dürfte ja die Nürnberger, also die Fünfer wieder... ...hoffentlich wieder drin sein, ne? Wir werden sehen. Mhm. Ach Gott, sieht das süß aus. Schön gold-weiß. Ja. Warte. Warte. Ich hab mal ein Schiff. Ach Gott. Süß oder? Mhm. Bist du links neben mir oder was? Mhm. Viertelmeilen rennen oder was? der düster war von ihr jetzt mal ein paar torpedos machen hier naja torpedos habe ich hier keine mit dem gibt es glaube ich erst ab drei jahren kann ich gar nicht sagen ich habe noch nicht mal eine zwölfer reichweite wir haben flugzeugträger mit an bord bei uns oder bei denen ok ich kann gleich feuern auf die new york ja come on nah und immer noch zu weit weg jetzt geht's üben wir doch mal ich meine jetzt vor die kette oder hinter die vor die kette ich glaube ich kann die mit die kette angst scheiß mal ganz dicht dran oh scheiß ich krieg von rechts der schuss oh ja ok jetzt 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 werterlich da hat er sich noch leider nicht scheiß ich bin raus ich war kaum schaden naja und und Nicht jetzt. Wo ist denn jetzt? Gott, wie schlecht ist denn das heute? Ich bin auch gestaunt. Komisch, immer wenn ich Premium habe, da kriege ich nicht so viel Schaden hin. Wenn man Geld regeln könnte, ist es nicht. Da läuft es nie. So, gehen wir mal raus da. Ich bin ready, ne? So, gehen wir mal raus. 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 Ich wurde schon wieder aufgeklärt, mag nicht. So schnell! Ja man, steht da, aufgeklärt. Ich hatte auch noch nicht mal die Chance meinen Jäger hochzuschicken. Ist doch nicht wahr, ey. Ich wurde auch aufgeklärt. Ich würde mich interessieren, wie die das machen. Ja. Was sind die denn? Da, 19 Kilometer. Wow. Das war's weit. Feuer auf das Ziel konzentrieren, alle Stationen wendepositionen eines strategischen Ziels. Aaaaah. Boah nee, das wird zu viel hier, Alter. Ich geh mal auf den Nürnberger hier. Ey, die machen hier nur kritische Hits auf mich, Alter. Gibt zwar auch einen ausgeteilt, aber trotzdem. Hm, der ist zu schnell, ne? Das ist nicht mein Tag heute, also gestern Abend hab ich besser gespielt. Gut. Was? Bitt schon Downers? Mhm. Ein Steher haben wir auch. Also, Voldemort. Wow. Ich probier's mal. Voll schön. Wie lang das ja? Krieg ich denn? Nee. Ah, Mist. Ey. What the hell? Die hatte ich jetzt gerade gar nicht auf den Chirm, ey. Jo. Naja. So, weiß ich nicht. Wir haben eine Stunde. Ach, ich muss doch nicht was essen, Daniel, Alter. Ich fall aus dem Large. Ja, komm, machen wir noch eine Runde, dann. Gut. Einmal noch mit der Königsberger Klopse hier. Ja. Wann würde ich es jetzt noch ein paar Punkte reinholen. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe die ganze Zeit so im Schnittmatt so um die 20.000 mindestens schaden gemacht und jetzt wo ich premium habe habe ich immer unter 10.000 schaden ja ich konnte noch gerade noch 20.000 rausholen aber das gute ist halt dass doppelt punkte kriegst ich verschanze mich mal da links ich bleibe hier quer bei C stehen ich habe bestimmt gleich die überraschung kommt bestimmt auch von da ich schicke da schon torpedos raus so ein kollege von uns hier na komm mach ich mal mit aufgeklärt ja, viele sind jetzt bei A, ne, von den Gegnern da ja, möglich da war auch einer ah, ne ja, das wurde auch aufgeklärt Krista Pele besucht gleich hä? ja wo kam die denn jetzt die säcke das kenne ich noch gar nicht aber die ziehen nicht so doll ab haben wir gestern festgestellt ja aber ich habe schon trotzdem 10.000 schaden kann man die flugzeuge wie abballern ja wenn deine in deine luft gut ist dann ja das ist doch fies ja macht kritischen schaden ja ja mein hauptgeschütz kaputt nach heute läuft gar nichts ich schieße zwar die flugzeuge ab aber das gibt doch keine punkte das gibt keine punkte 0 punkte ja ich will aber gleich dauernd so pensacola ich hoffe ich kann dir noch ein bisschen schaden machen so come on nach nach 5.000 schaden läuft ja heute wunderbar Bomber schießt die Bomber ab. Bist du noch ein Spieler was? Achso, ich bin schon raus gegangen. Abgeschossen. Ich guck mal, ob ich da noch ein bisschen was verbessern kann. Nee, da kann ich noch nichts machen. Blöd. Kann ich da noch was machen? Ah, da habe ich schon alles ausgebaut. Wie viele Points habe ich denn da jetzt? Ach Gott, da fällt mir auch noch ein bisschen was. Schweinebacken, Alter! Schönen Torpedo reingefahren. Hast du noch voller Energie, oder was? Ach, jetzt bin ich tot, Alter. Ah, bis dahin. Ach. Naja, was soll's. So, weg jetzt, schön was essen, Alter. Und dann... Mach das mal. Ich werde gerne ein bisschen Last of Us zocken. Gut. Dann melde dich mal die Tage, wenn du dann Zeit hast, ne? Ja, mach ich. Gut. Gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen hier. Ja. 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 Ciao. Ciao. Ciao.